Was hast du über das Internet erfahren? Über das Internet habe ich davon erfahren. Es war eigentlich von Anfang an sehr reibungslos und offen kommuniziert. Und das hat mich auch sehr überzeugt davon, dann die Reise nach Bulgarien anzutreten. Und es hat sich dann eigentlich auch so bewährt und so gezeigt, wie es sich angekündigt hat. Von dem her, ich bin rundum zufrieden. Ich habe in der Schweiz nichts Vergleichbares gefunden. Von dem her bin ich überzeugt, dass Denta Prime ein sehr hohes Niveau hat und dies auch laufend verbessert. Und wie man hier einfach glücklich werden kann mit neuen Zähnen. Ich hatte von Anfang an auch die Möglichkeit, mich in meiner Muttersprache zu verständigen, Informationen zu bekommen. Es war immer eine gute Kommunikation mit jeder Person in dieser Denta Prime. Egal ob Zahnarzt oder Fräuleins. Da ich eine massive Zahnarztphobie hatte, hatte ich schon lange keinen Zahnarzt mehr bei mir zu Hause. Von dem her fehlt mir der Vergleich. Kann aber sicher dazu sagen, dass man mir in dem Prozess hier einen Grossteil meiner Phobie genommen hat. Und ich heute doch eher beruhigt auf einem Zahnarztstuhl sitzen kann, was viele Jahrzehnte gar nicht möglich war. Ich habe auch schonmal in der Dätrung, das auf der Dentae Zeit gemacht hat. Und ich habe dann gerade bei mir, die ersten Eingang haben. Ich habe dann auch schon mal in Prozess hier gesagt. Und ich habe dann eine Art und Videoter Clinical-Leute. Ich habe dann auch schon mal in Prozess hier Meeting, habe ich euch darüber nachzuschauen. Und ich habe dann aber das erste Mal.